...und der Bundesliga-Gekämpft geht es heute um einen Freundschaftskampf. Das heißt, diese vier Punkte sind schon an Artan vergeben. Nächste Gewichtsklasse, Griechisch-Römisch, 61 Kilogramm. KfW Manfrederland nicht gemeldet. Türke Meiniata tritt an Jonas Mikael. Auch diese vier Punkte sind bereits an Artan vergeben. Das heißt hier 66 Kilogramm. KfW Manfrederland nicht gesetzt für Griechisch-Römisch, Alexander Lehmann. Und jetzt kommen wir insgesamt schon bei kampflösen zwölf Punkten, die Germania Artern hier schon zerbrochen kann. Aber nun geht's los. Griechisch-Römisch, 61 Kilogramm. Für Jamania Arterland-Drehgüter. Und für Garfunkelmeister der Land, Karel Tetzel. 2.76 kg, 3.76 kg. Nah, Pascal Rübevater. Und für Garfunkelmeister der Land, Maru, Maru, Mechabi Gacic. Ja, aber wir geben uns viel. So, weiter geht's. Sie schwimmen mit 82 kg. Sebastian Schmidt für den KFV-Reins mit der Land. Und Mie Kallacic-Hatta-Chak für Atem. 2.90 kg. Atem, Sie haben auch Käpt Tim Walter. Abarth-Hatta-Haus für KFV-Reins mit der Land. Klasse 100 kg, Regie Schöbel. Christian Hedig für Grimane Atem. Alexander Sommerer für KFV-Reins mit der Land. Zwei-Spiel-130-Juner, Marcel Münchhoff, Tretzburg-Germainer Atherland, sein heutiger Gegner Martin Hopf für den KV. Liebe Gäste, ich darf den Kampfrichter der heutigen Ansetzung begann geben. Es ist Herr Ewa, kurz aus Hallen, erherrsinnert aus unserem Kampfrichter. So, wenn nur noch die Gegner begrüßt werden, durch die Bandschule. Alles gut, Chef. Guckuck, Maschinist? Keine Maschine ist zu klein. Hassan! 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 Was soll keiner machen, oder? Auf physio! Hassan bewegen! Hassan, komm! Vielen Dank. 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 Stand. Stand. Vielen Dank. ... 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